1. bis 4. Mai ein neues Event, Elektroweak, Strom-Only. Ihr wisst, der C02, der kleine kompakte E-Parcours, wie er so schön heisst, kann ein wenig verspätet. Aber wir haben einen organisiert, dass wir das nicht nur anschauen, sondern Probe fahren. Am 1. bis 4. Mai machen wir eine Stromwoche. Dort kannst du Probefahrten machen, C02 und C04. Wer immer mal ein Elektrofahrzeug für uns testen will, das ist deine Woche. Und die ganz Schlauen gehen am 1. Mai nicht in den Bachstein rühren auf Zürich, die sind frei. Sondern kommen hier hin und gehen kleine Bachsteine fahren. Und wenn du ganz schlau und schnell bist, bekommst du sogar noch eine Prämie über so genannte Early Booker. 1.000 Euro wäre schon sehr früh ein C02 voraus bestellt. Also schaust du schnell, schaust du gescheit, schaust du vorbeikommen, Elektroweak, 1. bis 4. Mai. 4. Mai. Untertitelung des ZDF, 2020